In diesem Video möchte ich auf Erdöl eingehen und vor allem auf die Gefahren von Trendfolgemodellen mit Stillhalterstrategien. Ihr kennt hier den normalen Erdölpreischart, hatten ja den letzten Quartal, also dem letzten Quartal 2018 starken Preisverfall und haben ja genau dann den Turnaround gemacht an Weihnachten wie der S&P 500 am 24.12. Und dann sind die Kurse sehr stark angestiegen, um die 50% angestiegen, sogar einen Tick drüber, was natürlich erstmal eine schöne Rallye ist. Wie kann ich davon profitieren? Natürlich mit dem Schreiben von Shortputs oder Wohlputs Spreads. Der erste Trade wäre fast der genialste Trade gewesen 2018, was wir uns gleich anschauen. Die Wohler war extrem hoch und Kurs ist danach hoch, Wohler runter, also alles gut für meinen Shortput. Und wie kann ich jetzt noch weiter profitieren als Trendfolge? Ich könnte natürlich jetzt nochmal einen machen, der würde auch gut gehen. Ich könnte nochmal einen machen, der würde auch gut gehen. Und dann, ihr kennt schon, ich würde nochmal einen machen und dann habe ich natürlich das Riesenproblem. Gehen wir erstmal auf den zweiten und den dritten Trade ein, der ja gut gegangen wäre. Warum hätten wir den trotzdem nicht gemacht oder haben ihn auch nicht gemacht? Die Wohler ist halt einfach schon runter gegangen, schauen wir uns gleich an. Natürlich wäre es hier gut gegangen, weil die Wohler ist noch weiter runter, Preis angestiegen, auch im dritten Trade. Aber jetzt im vierten Trade haben wir den Salat. Warum? Die Wohler ist ja nicht mehr hoch. Schauen wir uns gleich an und was passiert dann? Ich bin jetzt hier im Puttverkauf, Preise fallen. Und Delta wird erstmal größer meiner Puttoption, wenn ich das jetzt hier irgendwo geschrieben habe. Und vor allem auch die implizite Volatilität. Schauen wir uns das mal an. Wir haben hier den OVX, also wie der Wix, das Erdöl, also dem Volatilitätsindex, das Erdöl. Und hier kennt man auch, ja im Dezember waren natürlich hier zwei, drei schöne Peaks, um Optionen zu schreiben. Logisch, dass ich nicht den Hochpunkt genau treffe. Wir versuchen es zwar, aber in diesem Umfeld macht es natürlich riesen Spaß, Optionen zu verkaufen. Deswegen wäre ich auch mit dem ersten Trade, der war super gewesen, weil dann wäre die Wohler extrem niedrig geworden. Wenn ich dann aber den zweiten mache, der wäre auch noch gut gewesen, Wohler wird auch noch niedriger. Den dritten, der wird auch noch gut. Und dann sehen wir schon, wenn ich dann halt den vierten mache, in dem niedrigen Wohlerumfeld kann man ganz gut erkennen. Und dann explodiert die Wohler, dann habe ich natürlich ein Resend-Problem als Stillhalter. Warum? Delta wird größer, Preis kommt ja näher meiner Optionsstrikes und vor allem die implizite Volatilität explodiert. Ich hatte mal einen Beispielchart rausgesucht, einer Option und das war ein 45er Put, Augustverfall oder Augustkontrakt. Und der war eigentlich schon klinisch tot, die Option mit 5 Cent und der Spitze, ihr könnt es erkennen, fast 2000% angestiegen. Da hat man natürlich dann keine Chance mehr als Stillhalter, wenn ich was verkaufe und es ist dann irgendwann mal ein paar Tage später, wir reden hier über ein, zwei Wochen, war mal 2000% teurer. Aber wie würden wir es richtig machen? Also wir haben selbst noch keinen Trade in Erddöl gemacht. Warum? Wir haben halt unsere Einstiegssetups noch nicht bekommen, aber es wird langsam wieder ein Niveau, wo ich sage, okay, hier lohnt es sich wieder Optionen zu schreiben. Weil, sind wir ehrlich, wir versuchen zwar immer zu wissen, wohin der Preis geht, aber im Endeffekt haben wir alle keine Ahnung. Und die Wohler kann ich zumindest mal halbwegs in den Griff bekommen. Logisch, sie kann noch höher gehen, aber wenn ich schon mal in einem extrem hohen Niveau schreibe, ist es selten so, dass sich die Option irgendwie nochmal um 2000% verteuert, weil ich sie ja schon extrem teuer verkauft habe. Natürlich ist es immer ein Problem, wenn ich in der niedrigen Wohler verkaufe, dann ist fast alles möglich, aber in der hohen bin ich wenigstens relativ safe, was die Wohler angeht. Bitte jetzt nicht blind verkaufen, nur weil die Wohler hoch ist. Da benutzen wir verschiedene Einstiegsindikatoren, COT-Daten, Open Interest, Sessionalität und, 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 um dann wirklich Optionen zu verkaufen. Und dann kriege ich immer wieder zu hören, ja Alex, ihr macht ja hier überhaupt keinen Trade. Das ist richtig, 2018 war bescheiden, bis fast gar nichts los. Warum? Wohler war einfach am Boden. Aber da muss man jetzt wirklich die Füße stillhalten. Da gibt es noch andere Strategien, wo man ein bisschen mit Long-Optionen vielleicht arbeiten kann, um vom Ölpreis zu profitieren. Aber ich würde halt Finger weg sagen von den Short-Puts und den Short-Calls, weil dann passiert das und dann bringt es auch nichts, wenn ich 10 Trades im Gewinn hatte. und der 11. zerlegt die 10 und noch 10 weitere und das Konto steht 10% tiefer. Dann wirklich warten, bis solche Chancen kommen. Jetzt gab es das hier im Dezember, aktuell vermutlich bald wieder eine Chance. Und machen wir jetzt mal als Beispiel, wo es der zweite und dritte Trade gewesen wäre. Den hätte ich vielleicht nur unterschrieben, den nächsten aber auf gar keinen Fall, den dritten und den vierten sowieso nicht. Ja, da hätte man diese Trades nicht gemacht, aber es ist ja kein Problem. Im April, ihr habt es im YouTube-Kanal gesehen, Leanhocks, Weizen, Soja und, und, und. Es gab verschiedene andere Rohstoffe, wo man dann derzeit handeln kann und so auch einen stetigen Cashflow bekommt. Klar, es gibt volatilere Phasen und nicht so volatilere, aber in der Regel spielen immer ein, zwei Future-Märkte verrückt. Warum ich da mal ein paar Trades machen kann, da muss ich doch nicht auf Krampf in der niedrigen Wohler schreiben, sondern mache vielleicht nur ein, zwei Trades pro Jahr in Erdöl. Das mache ich aber pro Rohstoff. Dann kommst du auch auf zwischen 30 bis 60 Trades, noch vielleicht ein paar Aktienoptionen dazu und kannst du auch mal eine Performance einfahren, ohne mich hier das Wahnsinnsrisiko auszusetzen. Denn wer weiß denn, wenn das hochgeht, das weiß einfach keiner. Wenn ich halt auch mal falsch liege, darf es auf gar keinen Fall das Konto gefährden. Deswegen sagen wir auch, im Zweifel lieber Spreads handeln. Das war mir nochmal wichtig, das ein bisschen als Mahnbeispiel zu bringen. Im Zweifel bei niedriger Wohler lasst den Trade lieber sein und handelt es irgendwie direktional, wenn ihr davon irgendwie profitieren möchtet oder mit Long-Optionen, mit Spreads, mit Bull-Call-Spreads, mit Bear-Pull-Spreads, wie auch immer. Aber bitte nicht hier die Wohler-Shorten, wenn sie am Boden ist, weil das kann, irgendwann wird es auf jeden Fall schief gehen, das kann eigentlich nur schief gehen. In diesem Sinne prägt euch das Beispiel gut ein, denn ihr wisst, Verluste sind keine Optionen.